Bismillah, alhamdulillah, wassalat, wassalat, wassalamu ala, wassalamu ala, wassalamu ala, wassalamu ala, Wir kommen zum neuen Unterricht über Tawhid, zwar der letzte, überhaupt, zu diesem Bezug, weil dann ist das Buch zu Ende. Und zwar lautet das Kapitel Babun, Und das Kapitel lautet sozusagen auf deutscher Sprache, Nichts anderes als die Bewahrung des Tawhid. Tawhid ist der islamische Monotheismus, den wir jetzt kennengelernt haben, schon seit 51 Unterricht, das ist der 52. Das geht um die Bewahrung des Tawhid durch den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und wie er alle Wege, die zum Schirk führen, geschlossen hat. Dazu lezen für Asmall, ich lezen für immer Asmall, den Hadith von Ghabisch vor. An-Abdallah ibn al-Shughair, r.a. An-Talqtu, fie wafdi bani amirin, ila rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam, fackulna, ente seyiduna, fackal, السيدullah, tabaraka wa ta'ala, qulna, wa afdaluna fadla, wa a'zamuna tawla, faqala, qulu bi qawlikum, au ba'di qawlikum, wa la yastajriyannakum us shaytan. Rawahu Abu Dawuda, bishanad in jayid. Dieser Hadith, liebe Geschwister, lautet in deutscher Sprache ungefähr wie folgt übersetzt. Und zwar Abdullah ibn al-Shughir, r.a. sagte, ich ging mit einer Delegation der Banu Amir zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, oder zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Eine Delegation ist nichts anderes als eine Gruppe von irgendeinem Volk, das gegangen ist zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, nach Medina, um über den Islam zu erfahren. Entweder, weil sie schon Muslime waren, um mehr vom Islam zu lernen, oder weil sie erst den Islam kennenlernen wollen, um damit in den Islam einzutreten. Das nennt man, und das hat stattgefunden natürlich in der Zeit nach der Auswanderung, das heißt nach der Hijra, in der Zeit, wo der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in Medina war, hatte sehr viele von diesen Wafd empfangen, und Leute sind, wie gesagt, in den Islam eingetreten und haben sozusagen den Islam an ihre Völker weitergetragen. Auf jeden Fall sagt der Abdullah, radiyallahu anhu, ich ging mit einer Delegation der Banu Amir zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, und wir sagten zu ihm, du bist unser Sayyid. Du bist unser Sayyid. Und dieses Wort Sayyid hat verschiedene Bedeutungen. Das Wort Sayyid wird im Arabischen heutzutage verwendet für Herr und Frau. Also Herr so und so, Frau so und so. Obwohl das keine islamische Sitte ist. Aber Sayyid ist auch der Anführer, der Oberhaupt, der die Souveränität besitzt. Sayyid ul Qaum ist der Oberhaupt des Qaums. Sayyid, von irgendeiner Sache ist der, der, was oben drauf steht. Das heißt, der der Höchste in Bezug auf diese Sache. Auf jeden Fall sagten sie zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, du bist unser Sayyid. Daraufhin sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der Sayyid ist Allah. Tabaraka wa ta'ala, der Segensreiche und Erhabene. Dann sagten wir, du bist der Gütigste von uns. Du bist der Beste von uns. Und du bist der, wie heißt es, derjenige, der am unbedürftigsten ist von uns. Der Edelste von uns. Auf jeden Fall haben sie den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, auf das Höchste gelobt. Darum geht es einfach. Dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagt das, was ihr sagen wollt. Sagt das, was ihr gesagt habt. Oder sagt einen Teil dessen, was ihr gesagt habt. Aber lasst euch nicht vom Schaitan vom richtigen Weg abbringen. Aber lasst euch nicht vom Schaitan vom richtigen Weg abbringen. Und das Problem ist, wie wir schon in einem anderen Unterricht gesagt haben, ist, wenn man diesen Superlativ verwendet, du bist der Beste, der Größte, der Edelste und so weiter, dann ist es immer gefährlich, weil kommt auch, was man damit meint. Diese Aussage zwischen dieser Aussage und dem Schirk ist nur noch deine Nia. Ist nur noch deine Nia. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wollte nicht, dass man dem Schirk verfällt, indem man solche Ausdrücke verwendet, und dann in Bezug auf den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, übertreibt. Und dann macht man Schirk, obwohl man dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, hätte folgen müssen und den Schirk total vermeiden müssen. Denn das war eine der zentralen, oder die zentrale Botschaft, die er den Leuten überbracht hat. Das Wort Sayyid, manche Gelächter sagen, man darf es nicht verwenden für den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in diesem Hadith gesagt hat, Sayyid ist Allah. Und die Sache ist aber nicht ganz korrekt, sondern wir haben andere Hadithe, wo der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sich selbst als Sayyid sogar bezeichnet hat. Als Anführer, als Oberhaupt. Und gemeint ist eben eingeschränkt. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, أنا Sayyidu, ولا die Adam. Ich bin der Sayyid, der Anführer, der Führer der Kinder Adams, also aller Menschheit. Und auch sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, einmal zu den Sahabern, steht zu eurem Sayyid auf. Da war der Stammeshäuptling, wenn man das so sagen will. Da sind sie, sollten sie aufstehen für ihn. Also zu ihm aufstehen, nicht für ihn aufstehen. Man darf nicht für jemanden stehen. Aber sollten zu ihm aufstehen, ihn begrüßen. Und auch soll man, wer heißt das, wenn man, das haben wir auch ausführlich gesprochen, man soll nicht zu seinen Sklaven sagen, du Abd, mein Sklave, sondern man soll eben andere Ausdrücke verwenden, die ihn nicht erniedrigen. Und umgekehrt, der Sklave soll zu seinem, wie heißt es, Besitzer nicht sagen, mein Rabb, sondern soll zu ihm sagen, mein Sayyid. Insofern ist dieses Wort, also, unproblematisch, wenn man es nur im richtigen Kontext verwendet. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wollte also nicht den Leuten sagen, es ist verboten, für euch zu sagen, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Sayyid, ein Sayyid ist, sondern er hat Angst, dass man das darin übertreibt, in dieser Hinsicht. Und der Beweis dafür ist der Hadith selbst, weil er sagte, quulu bi qaulikum, au ba'di qaulikum. Das heißt, sagt ruhig das, was ihr gesagt habt. Oder sagt ruhig einen Teil dieser Ausdrücke, die ihr verwendet habt. Das ist kein Problem. Aber, wie gesagt, lasst euch vom Schaitan nicht vom richtigen Weg abbringen. Und dieses Wort Sayyid übrigens, und dieses Loben, der Scheikh, der Imam, der Gelehrte, und so weiter, diese Worte, liebe Geschwister, muss man vorsichtig damit umgehen, denn wenn man sie verwendet, für jeden Hund und Kunst, dann haben sie keinen Wert mehr. Und deswegen sagt auch der Prophet, und es kann auch gefährlich sein, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, wala taquulu lil munafiqi sayyid, idha kultum dhalika, agdabtum Allah. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, sagt nicht zu einem Heuchler Sayyid. Sagt nicht zu einem Heuchler Sayyid. Das heißt, wenn du eine Person kennst, die zwar nach außen vorgibt, muslimisch zu sein, aber du weißt ganz genau, dass in seinem Haus wird kein Islam praktiziert, und er selbst verhält sich auch nicht wie ein aufrichtiger Muslim, dann sollst du diese Person nicht mit Ehrentitel beschmücken. Der Gesandte Allah sallam sagte, fainnakum idha kultum dhalik, agdabtum Allah. Denn wenn ihr das macht, dann macht ihr Allah zwanik. Dieser Hadith ist bei Ahmad und bei Al-Bukhari in Al-Afad Al-Adab Al-Mufrad und bei Abu Dawood und bei Al-Nasai, aber nicht in Al-Sunan, sondern in anderen Werk und anderswo. Und unter anderem, der Naui, rachim Allah, sagt, der Isnad ist, 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 von Abu Dawood. Und auch Al-Hakim, rachim Allah. Deswegen, ich komme doch von fünf Minuten. Ich werde dir ein hadith von Anasin, r.a. anna nasen, kallu, ya Rasulallah, ya khairana, wabn khairina, waseyidana, wabn seyidina, faqala, ya eyuhalnaas, quulu biquolikum, wala yastahwiyennakum الشيطan, anna muhammadun, abdullallah, werasooluh, ma uhibu, an tarfakuni, fauq manzilati, allati anzana, anzana lillahu, azzawajal, rawahun nasa'iyu, bis anna din jayid. In diesem weiteren Hadith, heißt es, dieser Hadith ist beriefet von Anas ibn Malik, r.a. Oh, ihr Menschen, Entschuldigung, einige Leute, die kamen zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, und sagten, oh Gesandte Allah, du bist unser Bester, und der Sohn unseres Besten, und du bist unser Sayyid, und der Sohn unseres Sayyid. Daraufhin sagte er, oh ihr Leute, oh ihr Menschen, sagt ruhig das, was ihr sagt, aber lasst euch den Schaitan nicht vom rechten Weg abbringen. Ich bin Mohammed, Allahs Diener, und sein Gesandter, und ich möchte nicht, dass ihr mich über die Stufe stellt, oder setzt, an die mich Allah, azzawajal, gesetzt hat. Dieser Hadith, über An-Nasa'i, und der Autor, der Ketab al-Tahid, sagt, der Isnat ist Jigid. Und, ich denke, dieser Hadith, also ist eindeutig, aber, worauf wir hinweisen wollen, ist, dass, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, selbst, wollte nicht, dass man ihn, übertrieben lobt. Denn dieses übertriebene Loben, lasst es für jemanden, der dieses Lob verdient hat, und das Allah, sallallahu alaihi wa sallam, all sein Lob, was er verdient hat, hat er nur verdient, weil Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ihn zum Gesandten Allahs gemacht hat. Deswegen. Das heißt, wenn du loben willst, und, wie heißt es, nichts Falsches machen willst, dann lobt Allah, sallallahu alaihi wa sallam, Tag und Nacht. Aber den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, zu loben, bedeutet, ihn so zu loben, wie Allah ihn gelobt hat. Das ist der Punkt. Deswegen sagt er, stellt mich, oder erhebt mich nicht, über die Stufe, auf die mich Allah, sallallahu alaihi wa sallam, gesetzt hat. Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hat den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, über die Stufe, aller Menschen gesetzt. Er hat ihn über die Stufe, besser gesagt, er hat jeden Propheten, über die Stufe aller anderen Menschen gesetzt. Und er hat Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, über die Stufe, von allen Propheten gesetzt. Aber, es ist nicht die höchste Stufe, bei Allah, sallallahu alaihi wa sallam, Denn Allah ist über ihm. Das würde ich damit sagen. Und wenn du jetzt den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, genauso beschreibst, wie Allah es gemacht hat, dann befindest du dich auf einem wunderbaren Weg. Und der Gesandte Allah hat uns das verdeutlicht, indem er sagte, ich bin Mohammed, Allahs Diener und sein Gesandter. Also, was bedeutet Allahs Diener und sein Gesandter? Allahs Diener bedeutet, erhebt mich nicht über diese Stufe. Ich bin immer noch ein Diener Allahs, ein Geschöpf. Und auch ein Mensch, aber erhebt mich nicht über diese Stufe. وَرَسُولُهُ und sein Gesandter, das heißt, verringert meinen Rang nicht um diese Stufe. Und das heißt, ihr müsst daran glauben, dass ich der Gesandte Allahs bin und nicht irgendein Mensch bin. Und hier sind die beiden Grenzen, oben und unten, die oberen Grenzen und die unteren Grenzen, uns festgesetzt worden. Wer bei einer von diesen Grenzen die Grenzen überschreitet, der hat ein Problem und ist, wie heißt es, kann man sagen, aus dem Islam draus. Weil wenn jemand den Propheten s.a.w. nicht den Status der Gesandtschaft anerkennt, das heißt, er leugnet sein Prophetentum und seine Gesandtschaft, dann ist er aus dem Islam draus. Und wenn jemand den Propheten s.a.w. als Menschen über die Stufe erhebt, die ihm zusteht und damit meine ich, ihm Göttlichkeit zuschreibt, wenn ich das meine nicht damit, dann ist er auch eben aus dem Islam draus. Ansonsten, wenn er ihm keine Göttlichkeit zuschreibt, dann ist er mindestens ein Sünder, wenn er dem Propheten s.a.w. Dinge zuschreibt, die dem Propheten s.a.w. nicht zustehen. Und hier noch einmal der Hinweis darauf, auch die Aussage des Propheten s.a.w., er ist Diener Allahs, ist ein Lob. Denn Allah s.a.w. hat den Propheten s.a.w. im Qur'an in mehreren Stellen gelobt, indem er ihn als Diener Allahs bezeichnet hat. Allah sagte, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا Dann offenbarte er seinen Diener, was er ihm offenbart hat. Oder Allah sagte, Gepriesen sei derjenige, der bei Nacht gereist ist mit seinem Diener. Und Allah sagte, auch an vielen Stellen im Qur'an hat Allah s.a.w. den Propheten s.a.w. als Diener bezeichnet. Warum ist das Diener sein ein Lob? Naja, weil es gibt zwei Arten von Dienern. Es gibt die Diener Allahs, wie wir alle. Jeder von uns ist ein Diener Allahs, ob er will oder nicht will. Aber der Diener, den der Prophet s.a.w. hier meint, oder den Allah in diesen Ayaten gemeint hat, ist der Diener, der alles tut, was Allah s.a.w. von ihm verlangt hat. Das ist ein aufrichtiger Diener. Denn auch wenn man einen Diener hat, man muss nicht immer das machen, was man ihm sagt. Das kann sein, du ordnst ihm an, etwas zu tun, er macht es nicht. Und trotzdem bleibt er dein Diener. Genau so ist es mit uns, alhamdulillah. Aber der, wie heißt es, der Prophet s.a.w. ist der aufrichtige Diener, der das umsetzt, was Allah für ihn verlangt hat. Kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Dazu lese ich euch die Ayah vor, auf Deutsch. Das Kapitel, das neue Kapitel lautet, Ich lese die Ayah auf Deutsch komplett vor, weil das die Absicht des Autos war. Und zwar, Allah sagte in Surat Sumr, Surat 39, Vers 67, Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein wird. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesehen. Allah s.w.t. beschreibt Yawm al-Qiyama und sagt, dass es einen Tag geben wird, an dem die gesamte Erde, wie groß sie uns auch erscheinen mag, alle in seiner Hand gehalten wird. Und auch der gesamte Himmel, dieser riesige Himmel, den wir uns vorstellen, wird zusammengerollt sein, wie Schriftrollen. Und Allah wird sie auch halten bei sich, in seiner rechten Hand. Gepriesen sei er, erhaben ist über das, was sie ihm beigesehen. Er gemeint ist, wie kann man, wie kann man Allah s.w.t. ungehorsam gegenüber sein, wo er all das, was es gibt, dich und mit drin und alles, was es gibt, in seiner Hand, Yawm al-Qiyama halten wird und schütteln wird. Um zu zeigen, dass er der Mächtige ist und dass niemand seinem Befehl sich widersetzen kann. Und trotzdem gesellen sie ihm andere beiseite. Das heißt, die Leute schätzen Allah s.w.t. nicht so ein, wie es ihm gebührt. Wenn die Leute wüssten, wer Allah s.w.t. wirklich ist, dann würden sie ihm niemals gegenüber sündigen. Und wenn sie es tunen, würden sie es bereuen. Allah s.w.t. sagte, Gepriesen und erhaben ist über das, was sie ihm beigesehen. Was heißt Gepriesen sei Allah? Was heißt Gepriesen sei? Wir sagen Subhanallah. Wir sagen Subhanarabbi al-A'la. Wir sagen Subhanarabbi al-Azim. Und ihr wisst ja, wenn man die Worte versteht, die man spricht, dann führt das dazu, dass man im Gebet natürlich auch mehr Khushu'ah hat, sondern demütig ist, sich besser konzentriert im Gebet, weil man weiß, was man sagt. Und natürlich ist das besser beim Lobpreisen Allahs, weil wenn du weißt, womit du Allah preist, dann Allah weiß, du meinst es ernst. Und deswegen Subhanallah, liebe Geschwister, bedeutet eigentlich, dass man Allah s.w.t. freispricht, erhebt über alles, was ihm an Mangel zugeschrieben werden könnte. Das heißt, du sagst, Gepriesen sei Allah, erhaben sei Allah über jeden Mangel. Das heißt, es gibt keinen Mangel, den du Allah s.w.t. zuschreibst. Und deswegen, wenn du sagst, Subhanallah Rabbiyal A'la, dann heißt es, frei sei Allah von allen Mängeln der Höchste. Oder Subhanallah Rabbiyal A'zim, frei sei mein Herr, Rabbiyal ist ja eigentlich mein Herr, frei sei mein Herr von allen Mängeln der Gewaltige. Und dass man also, weil es immer besetzt wird, im Deutschen mit Gepriesen sei, was auch immer im Deutschen Gepriesen sei, man bedeuten mag, aber im Arabischen ist es eben nie damit, gemeint. Abdullallah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, arta'ah. Zaktum. Ich lese den Hadith, aufhagab ich vor. Jaha haberun, minal Ahbari, ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fqal ya Muhammed, inna najidu an Allah, yajjalu السmaugat, ala ispah, walaradiyna ala ispah, wa shajera ala ispah, wa theraa ala ispah, wa saira ala ispah, fa yakoolu, anna almalik, fadahik alnabiyu sallallahu alaihi wa sallam, hata badat nwajiduhu, tasdiqan liqawli alhabr, thumma qar'a, wa ma qadaru allaha haqq qadrih, walaradu jami'an qabudatuhu yawman qiyama alaia. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist von Abdullah ibn Mas'ud, verliefert in Al-Bukhari und bei Muslim, und lautet wie folgt. Er sagte, ein Gelehrter kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gemeint ist Wallahu a'lam, ein jüdischer Gelehrter, kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, und sagte, O Muhammad, uns wurde gelehrt, dass Allah die Himmel mit einem Finger und die Erden mit einem Finger und die Bäume mit einem Finger und das Wasser und den Staub mit einem Finger und alle anderen erschaffenen Dinge mit einem Finger festhalten wird, erfassen wird, tragen wird. Dann wird er sagen, subhanahu wa ta'ala, ich bin der König, anal malik. Daraufhin lächelte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass seine Backzähne zu sehen waren, als Bestätigung für die Aussage des Schriftgelehrten. So heißt im Hadith, als Bestätigung der Aussage des Gelehrten. Dann zitierte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam diese Eier, und zwar, und sie haben Allah nicht so geschätzt, wie es ihm gebührt, wo doch die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. Und bleiben wir bei dieser Überlieferung erst einmal. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, zeigt uns, dass die Juden durchaus zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam Wissen gehabt haben, was mit dem übereinstimmt, mit dem, was wir vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert bekommen haben. Und normalerweise, wenn man dir eine Geschichte erzählt, und du lachst daraufhin, dann kann das verschiedene Bedeutungen haben. Unter anderem kann es die Bedeutung haben, dass du das ins Lächerliche ziehst. Das kann bedeuten, dass du sagst, du lachst darüber, weil das Quatsch ist. Das könnte bedeuten. Aber im Hadith heißt es ausdrücklich, Abdullah ibn Mas'ud sagte, er lachte, bis seine Backzähne zu sehen waren, als Bestätigung für die Aussage des Schriftgärten. Tasdiqan liqawil alhabr. Also wat wat shu. Das heißt, auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Bäume und den Boden oder den Staub und alles auf einem Finger tragen wird und jeweils und danach sagen wird, ich bin der König und gemeint ist eben, ich bin der König. Wo sind die Könige der Erde, die geprahlt haben, die überheblich gewesen sind und die behauptet haben, sie hätten Macht. Jetzt sollen sie zeigen, ob sie die Macht haben. In Wirklichkeit ist alles in meiner Hand und das war's. Die Macht ist Allahs ganz alleine. Und das ist, wie gesagt, dieser Hadith der Geschwister gehört zu den Hadithen, an die wir glauben, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es uns so mitgeteilt hat. Und des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah. Noch einmal, sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Das heißt, sie denken über Allah nicht so, wie man eigentlich über Allah denken sollte. Sie glauben nicht so an Allah, wie man eigentlich Allah glauben sollte. Diese Ayah lässt keine zwei verschiedenen Bedeutungen zu. Und zwar bedeutet die Ayah, dass Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Erde in seiner Hand halten wird. Denn erstens steht es in der Ayah so und zweitens hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es uns genauso ausgelegt. Und natürlich die Leute, die ein Problem haben mit diesen Ayahs, in denen es um die Eigenschaften Allahs geht, sie sagen, ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, das auf Deutsch zu übertragen, aber ich mache es einfach mal, dass man Bescheid weiß. Sie sagen, Al-Qabd, was normalerweise die Faust bedeutet, ja, und hier gemeint ist eben, dass Allah es in seiner Hand festhält. Sie sagen, gemeint ist nicht das, was wir darunter verstehen, sondern gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles in seiner Macht haben wird. Verstanden? und diese Art Auslegung ist falsch und können wir klar sagen, dass es falsch ist. Erstens, weil, wie gesagt, wenn Allah sagen wollte, hätte er das direkt gesagt, ja, hat er nicht gesagt. Zweitens, was sehr wichtig ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith, wo die jüdische Schriftgeleiter gekommen ist, wo er noch detaillierter auf die Sache eingeht, nicht sogar von der Hand spricht, sondern von einzelnen Fingern, auf denen Allah subhanahu wa ta'ala diese Erde und den Boden trägt und so weiter. Und der Hadith bei Bukhari und bei Muslim, also authentischer Hadith unter Beeinkunft der Ulama. Und deswegen, liebe Geschwister, haben wir von Ahl des Sunni und Jama'ah nie ein Problem mit diesen Ayat und mit diesen Hadith, wenn wir einfach die Grundsätze anwenden, die wir zu Beginn erwähnt haben, und zwar, dass wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala kennt sich am besten aus über sich selbst und der Prophet sallallahu wa ta'ala ebenfalls und wenn Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst berichtet, dann musst du es glauben, so wie Allah es berichtet hat und betrachte nicht bestimmte Ayat und lass die anderen Ayat weg, sondern wie Allah sagte in verschiedenen Ayat, nichts ist ihm gleich und doch ist er der Allhörende, der Allsehende. Und deswegen, dieses ist der Grundsatz der Ahl des Sunni Al-Jama'ah, egal was ich von diesen Sachen höre, und wir haben kein Problem damit. Und der Nutzen, den wir aus diesen Sachen ziehen, ist, dass wir sehen, wie unglaublich gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist, wie klein wir eigentlich sind, wie nutzlos wir sind, wie machtlos wir sind, im Vergleich zu Allmacht Allahs subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, als er diese Hadith erzählt hat, hat keine Angst gehabt davor, dass die Sahaba verstehen würden, dass Allah subhanahu wa ta'ala aussieht wie wir Menschen. Hamza hat da keine Angst gehabt davor, weil die Sahaba radiyallahu anhum an den Islam komplett glauben, an den Koran, nicht einen Teil des Koran, einen Teil weglassen. Und eben wir, auch wir, wir wissen zweifellos, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht so aussieht wie ein Mensch, und trotzdem hat er sich hier Dinge zugeschrieben, die wir ihm zuzuschreiben haben, weil sie eben im Koran stehen, oder weil eben der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Sachen beschrieben hat. Und wie gesagt, die Hand in der Arabischen Sprache hat zwar mehrere Bedeutungen, aber weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Fingern gesprochen hat, kann damit nur die Hand gemeint sein, die wir sprachlich verstehen, und kann damit nicht etwa die Gunsterweisung oder die Macht Allahs gemeint sein. Es heißt ebenfalls im Hadith, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese wie heißt es diese diese Himmel und Erden ganz kurz in der Ayah, die wir gerade eben vorgelesen haben, heißt es am Ende das heißt, und die Himmel sind in seiner Rechten zusammengefaltet, werden zusammengefaltet sein. Wie gesagt, eine Schriftrolle wird gerollt und dann wird Allahs in seiner rechten Hand festhalten. Die Leute, die auch damit ein Problem haben, was haben sie gesagt? Die haben gesagt, das Wort Yamin auf Arabisch hat zwei Bedeutungen. Es ist immer das gleiche Spiel. Das Wort Yamin auf Arabisch kann bedeuten rechte Hand und kann aber auch bedeuten Schwur. Das heißt, sie wollen damit sagen, die wie heißt es sich als würde Allah subhanahu wa ta'ala schwören, dass die Himmel wirklich gefaltet sein werden. Aber nicht in seiner Hand, sondern sie werden gefaltet sein. Das heißt, sie haben immer diesen Weg, den sie versuchen zu gehen. Aber das ist natürlich falsch, was sie gesagt haben, denn das werden wir gleich noch näher erläutern. Aber wir haben es ja schon erläutert. Der Hadith vom Propheten ist glasklar, dass der mit einer Hand gemeint ist und nicht einfach etwas anderes damit gemeint ist. Wenn wir mit solchen Leuten diskutieren und mit ihnen versuchen, über solche Themen sie zum richtigen Weg zu bringen, dann können wir sie mit ihnen auf folgende Art und Weise diskutieren. Wir können zu ihnen sagen, kennt ihr euch besser aus über Allah subhanahu wa ta'ala als Allah selbst? Wenn sie sagen ja, sind sie kuffar und wenn sie sagen nein, dann fragen wir sie weiter. Könnt ihr euch besser ausdrücken oder wer kann sich besser ausdrücken in Bezug auf das, was er sagen will? Allah subhanahu wa ta'ala oder ihr? Wenn sie sagen wir, sind sie kuffar. Wenn sie sagen Allah, dann ist die Sache vorbei. Weil dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den klarsten Ausdruck verwendet für das, was er sagen will. Für das, was er sagen will. Wenn er sagen wollte, was anderes, hätte er uns nicht diese zweideutigen Worte gegeben. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sache versus Yomel Qiyama die gesamte Erde in seiner rechten Hand halten wird. Und der Prophet hat das bestätigt. Und dann ist die weitere Frage, wer ist eifriger, wer ist eifriger in der Hinsicht, dass er den Leuten die Religion richtig beibringt. Der Prophet oder ihr, wenn sie sagen, wir, sind sie Kuffar, wenn sie sagen, der Gesandte hat von Hand und Fingern gesprochen und hat kein Problem damit gesehen. Aber ihr seht das Problem damit, das heißt, ihr habt das Problem, nicht der Prophet und nicht die Leute, die den Propheten darin folgen. Außerdem hat der Prophet auch gesagt, die Herzen der Menschen sind zwischen zwei Fingern der Fingern des Al-Abbamas und dieser Hadith ist auch bei Sahih Muslim. Das heißt, auch die Sache mit den Fingern ist Allah klar zugeschrieben und wir gehen genauso weit wie der Prophet weit geht. Wenn er spricht von einer Hand, spricht von einer Hand. Wenn er spricht von Fingern, spricht von Fingern. Wir gehen nicht weiter. Wir sprechen nicht von Handgelenken, wenn nicht Handgelenke erwähnt sind. Wir sprechen nicht von Fingernägeln, wenn nicht Fingernägeln erwähnt sind. Das heißt, wir halten uns wortwörtlich an das, was der Prophet gesagt hat, denn er kennt sich besser aus als wir und wir folgen ihm genau darin. Sogar in der Wortwahl folgen wir ihm. Ihr wisst einer der wenigen Fehler, die sich befinden in Al-Aqida Al-Tahawiyah. Al-Aqida Al-Tahawiyah gehört zu den bekanntesten Texten über die Al-Aqida. Und in Al-Aqida Al-Tahawiyah gibt es zwei, drei Sachen, die die Gelehrten kritisiert haben in Bezug auf diesen Text. Und das weist darauf hin, dass der Text sehr wertvoll ist, denn wenn man die Fehler abzählen kann, dann ist es eine sehr wertvolle Sache. Weil da kann man die Leute warnen von zwei, drei Sachen und dann kann man sagen, den Rest lernst du einfach davon. Und deswegen muss man sich mal bewusst machen, auch wenn du von einem Gelehrten hörst, er hat diesen Fehler und diesen Fehler, die zwei Fehler hat er. Ich rede von Fehlern, also nicht von grundsätzlichen Fehlern, er leugnet die Sunder, das ist ein Fehler, das meine ich nicht, das ist ein großer Fehler. Aber wenn einer in Gelehrten ein Fehler, zwei Fehler hat, einfache Fehler, einfache Fehler und jetzt darauf näher reinzugehen, dann er hat genau zwei, das heißt alles andere ist in Ordnung, das ist ein Lob für ihn. Und auch bei dieser Aqidah, einer von diesen Fehlern ist, dass Allah eben als Qadim bezeichnet hat. Qadim heißt, ich will nicht sagen alt, alt nicht im Sinne von gebrechlich, nicht zerbrechlich, müde und sowas, nein, alt im Sinne von gibt es schon sehr, sehr lange. So hat er den Brief beendet. Und trotzdem haben die Generationen gesagt, das war ein Fehler, weil der Begriff alt ist, oder Qadim der ist nicht in Bezug auf Allah erwähnt worden, weder im Koran, noch in der Sunnah, weder bestätigend, noch verneinend, das heißt, weder gibt es einen Beweis, dass wir Allah als Qadim bezeichnen sollen, noch gibt es einen Beweis, dass wir Allah nicht als Qadim bezeichnen sollen. Deswegen sagen wir, weder Allah ist Qadim, noch sagen wir Allah ist nicht Qadim. Wir sagen weder noch, sondern wir sagen, wie Allah sagt im Koran, Allah ist der Erste und der Letzte. Das heißt, die Wortwahl ist auch die Wortwahl des Koran und die Wortwahl des Propheten Sa'ala. Wie kann man dann in die Irre gehen? Geht nicht. Du kannst nur in die Irre gehen, wenn du andere Worte verwendest, weil du dann der Gefahr ausläufst, dass du, wie gesagt, etwas anderes glaubst, als Allah etwas gesagt hat. Aber wenn du genau die gleichen Worte verwendest, wie kann man mir einen Vorwurf dann machen? Ich sage, Allah hat mit Musa direkt gesprochen, unmittelbar gesprochen. Warum? Weil Allah sagt, Und ich sage jetzt auf Erhabisch, Allah hat Kallam Allah Musa Tak Erhaben. Ich sage, das Wortwahl ist auch das Gleiche. Wenn du jetzt ein Problem damit hast, weil du etwas Falsches glaubst, das ist dein Problem, nicht meins. Ich habe genau das gesagt, was Allah im Koran gesagt. Also kann diese Gruppe von Muslimen, die an den Koran so glaubt, wie er da steht, niemals in die Irre gehen. Weil wenn sie gefragt werden, warum, sagen sie, weil Allah, du hast es gesagt, aber die anderen, wenn sie gefragt werden, warum hast du gesagt, Allah hat nicht mit Musa direkt gesprochen, obwohl im Koran steht, Allah hat mit Musa direkt gesprochen, sagen sie, ja, weil Gott, wir glauben nicht, dass du wirklich sprechen kannst, weil du bist du ein Mensch, während sie mit Allah sprechen, sagen sie das dann zu ihm. Und so merken sie, dass sie vollkommen in der Irre gewesen sind und hätten sie doch nur an den Koran geglaubt und die Sache manche Leute sagen, wir geben euch Recht, wir geben euch Recht, dass sich an die Worte zu halten des Koran und des Sunnah und sich an die Worte zu halten, die auch verwendet haben, das ist das Beste und sie sagen, das ist der sicherste Weg, sie sagen, das ist der sicherste Weg, sagen wir Alhamdulillah, sind wir uns einig, ja, aber es ist zwar sicherste allerdings der Weg, den wir folgen, indem wir zum Beispiel sagen, es steht zwar da versus dass Allah eine Hand hat, aber gemeint damit ist was anderes, haben sie gesagt, dieser Weg ist wissensreicher und weiser, dieser Weg ist wissensreicher und weiser, das ist Müll, das ist Quatsch, absolut kannst du in die Mülltonne schmeißen, wie kann denn der Weg von den Leuten im Jahr 1500 oder im 15. Jahrhundert besser gesagt, weiser sein und wissensreicher sein als der erste Weg, das erste ist der Weg der Salaf Salih ist auf jeden Fall der sicherere klar, wenn ein Weg sicherer ist, ist er dann nicht automatisch weiser oder ist man weiser, wenn man ein Risiko eingeht, das ist Quatsch, aber tatsächlich gibt es Leute, auf die die andere mit dem Finger zeigen, dass sie Gelehrte sind und sie leben noch oder sind schon gestorben und sie hatten solche Ausdrücke gesagt, der Weg der Salaf, das heißt der Sahabe und Atba'atab'in ist der sicherer, sag einfach das was im Koran steht und fertig und füge nichts hinzu, aber unser Weg ist wissensreicher und weiser, weil wir den Leuten erklären, dass es wirklich dahinter steckt, das kann niemals der Fall sein, sondern es kann nur sein, dass der Weg der Salaf das der richtige Weg ist und der weisere Weg ist und der wissensreichere Weg ist, welches Wissen hast du denn? Woher kommt dein Wissen? Dein Wissen über Allah kann nur vom Koran von der Sunnah kommen, also woher soll dein Wissen kommen? Neue Quelle, Traum oder sowas, das gibt es nicht, also deswegen kann der Weg später weder weiser sein, weil der sichere ist, weisere, noch kann der Weg wissensreicher sein, weil das Wissen über Allah kannst du nur im Koran kriegen und da steht nicht drin, was ihr gesagt habt. Außerdem möchte ich auf einen sehr wichtigen Hadith hinweisen, diesbezüglich. Und zwar liebe Geschwister, weil wir sozusagen die Sache hier abschließen, der Gesandte Allah sagte folgendes, und diesen Hadith wollen wir uns verinnerlichen. Ich sage ihn erstmal auf Arabisch, der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und den zweiten Teil, den ich sagen werde, der ist nur bei Muslim, habe ich ihn gefunden. Der Gesandte Allah sagte, La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tia amru allahi wahum kathalik. Der Gesandte Allah sagte, es wird immer eine Gruppe von meiner Gemeinde geben, die offenkundig auf der Wahrheit sich befinden wird. Es stört sie nicht, dass andere sie im Stich lassen, bis Allahs Befehl eintrifft und sie in diesem Zustand sind. Ich sage es nochmal mit eigenen Worten, der Gesandte Allah sagt, es wird immer eine Gruppe geben, die den Islam richtig befolgen oder den Islam richtig den Leuten weitergeben und wissen, was die Wahrheit ist, wie der richtige Islam ist. Und es stört sie nicht, dass andere sie im Stich lassen. Es ist ihnen egal, dass die meisten von den anderen Muslimen andere Wege folgen. Auf Auf hat dieser Hadith bis jetzt den können auch Ahle Al-Bidra verwenden. Ahle Al-Bidra können alles gleich sagen. Ihr Scheich mit dem ganz langen Bart erklärt ihnen diesen Hadith und sagt ihnen Leute, es stört uns nicht, dass die anderen andere Wege gehen. Das ist immer noch. Aber das Problem ist, ihr werdet gleich sehen, was der entscheidende Punkt ist. Oder manche von euch das heißt, es wird immer diese Gruppe geben, bis Allahs Befehl eintrifft und sie in diesem Zustand sind. Und dieser Ausdruck bis Allahs Befehl eintrifft kann bedeuten, das was der gesamte Allah in einer anderen Version des gleichen Hadiths gesagt hat, er sagte, unter ihnen, also Entschuldigung, also bis Allahs Befehl eintrifft, da versteht man normalerweise darunter, bis Yom Al-Qiyama eintrifft, bis die Zeit vorbei ist, bis die Dunja zu Ende ist. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, unter ihnen wird Isa erscheinen und dann wird diese Sache stattfinden, weil diese Gemeinschaft, diese rechtschaffende Gemeinschaft, in dem Zeitpunkt, wo Isa kommen will, sie wird einen Führer haben, sie wird einen Khalifa haben, dem sie folgen, und der dann beim Morgengebet die Leute anleiten will, sie wird ihn vorbeten, und in diesem Moment erscheint ihnen Isa und dann natürlich der Imam, der ihn vorbeten möchte, macht den Platz frei für Isa und ihn vorbeten, wer stellt sich vor einen Propheten zu beten, auch Abu Bakr wollte das nicht machen mit Muhammad und dann wird allerdings Isa sich weigern und wird sagen die einen von euch sind Führer der anderen und das ist ein großes Lob für diese Leute dass sie sich auf der Wahrheit befinden und er wird eben dem Imam sagen dass mit sicher nicht daran denken ist dass Isa zeigt dadurch dass er nicht dass er dadurch niemandem anderes folgt als Muhammad sallallahu alaihi wasallam weil er sich hier einfügt hinter dem Imam der so betet wie die Muslime immer gebetet haben nach dem Koran und nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und Isa wird hinter ihm das Gebet verrichten das heißt er bestätigt dadurch dass er keine neue Gesetzgebung offenbart bekommen hat kein neues Gesetz den Leuten verbringen wird keinen neuen Glauben sondern deswegen ist auch in den Hadithen Isa im Koran ist er als Rasul bezeichnet worden als Gesandter aber in den Hadithen dann wo er beschrieben wird als Nabi ist er beschrieben worden als Nabi und der entscheidende Unterschied ist deswegen ist einer der Beweise dass ein Unterschied gibt zwischen Rasul und Nabi und warum er als Nabi bezeichnet wird weil wie die Geräten gesagt haben nach der richtigen Ansicht der Unterschied zwischen Rasul und Nabi ist dass der Rasul bringt ein neues Gesetz und der Nabi bringt kein neues Gesetz und deswegen Isa wird nämlich offenbart werden zweifellos im Hadith glasklar ihm wird Offenbarung gegeben werden aber nicht Offenbarung im Sinne von einem neuen Gesetz sondern Offenbarung im Sinne von dass Allah ihm Sachen mitteilt die wer es nicht gewusst hat so was ist der Punkt jetzt von dem Hadith warum habe ich den Hadith erwähnt ich habe doch gesagt diesen Hadith der kann doch jede Sekte den verwenden als Beweis nein eben nicht das ist der entscheidende Punkt denn der Gesandte Allah sagte dass es diese Gruppe immer geben wird diese Gruppe hat es immer gegeben zweifelt jemand darunter dass der Prophet zu dieser Gruppe gehört wenn nicht wenn niemand daran zweifelt dann ist die Diskussion schon vorbei weil wenn der Gesandte Allah sagt es wird immer eine Gruppe geben die sich auf der Wahrheit befindet und er war er gehört zu dieser Gruppe dann muss es sie gegeben haben es muss sie heute geben es muss sie noch morgen geben es muss sie geben alle anderen Sekten hat es niemals am Anfang gegeben das ist der entscheidende Punkt alle anderen Sekten die es gibt egal wie sie heißen sie sind zu viel als dass wir sie mit Namen aufzählen könnten jede dieser Sekten hat es erst gegeben nach dem Ableben des Propheten also automatisch wissen wir dass sie nicht mit dieser Gemeinschaft gemeint sein konnten die der Prophet in diesem Hadith erwähnt hat und wie kann man zu dieser Gemeinschaft gehören naja der Gesandte wurde auch gefragt wie indem man sich an das hält an was er sich hält und an was sich an Freunde halten also gib einfach die Aqida genauso wieder wie sie im Koran steht und du wirst niemals in die Irre geleitet werden können Wallahu ta'ala a'lam und wir sagen Wallahu ta'ala a'lam im Sinne von dass wir Allah loben und dass wir ihm das Wissen letztendlich zuschreiben ansonsten wir sind uns der Sache sicher dass man nicht in die Irre gehen kann und nicht Allahu a'lam im Sinne von aber ich bin mir nicht sicher er ist der der uns dieses Wissen gegeben hat was wir hier unterrichten und was wir den Leuten weitergeben in der Version bei Sahih Muslim geht es am gleichen Hadith mit dem jüdischen Gelehrten In der Version bei Muslim heißt es und die Berge und die Bäume wird er auf einem Finger tragen und dann wird er sie schütteln und er wird sagen ich bin der König ich bin Allah und das weist auch wieder darauf hin dass es tatsächlich um ein wirkliches Schütteln geht und nicht etwas im übertragenen Sinne und der Gesandte Allah und das ist auch noch ein schöner Beweis als er diese Ayah vorgelesen hat beziehungsweise als er diesen Hadith uns erläutert hat hat er diese Bewegung dabei gemacht alles ist am jüngsten Tag in seiner Faust in seiner Hand hat er diese Bewegung gemacht die Hände auf und zu gemacht um zu verdeutlichen dass das gemeint ist was auch in der Ayah steht und der Gesandte Allah als er diese Ayah gelesen hat und dabei seine Hand auf zugemacht hat und gesagt hat was Allah sagt ich bin der König ich bin Allah dabei ist der Minbar auf dem er stand ist er die Kanzel auf dem er stand ist erschüttert und hat sich bewegt aus Ehrfurcht vor Allah und dies alles liebe Geschwister weil der Gesandte Allah sein Herz vollkommen gefüllt ist von Gottes Furcht und Verherrlichung vor Allah Es gibt aber trotzdem eine Weisheit die man nicht vergessen darf der Gesandte Allah spricht mit Leuten die vernünftig sind das müssen wir einfach akzeptieren und manchmal sprechen wir mit Leuten die nicht vernünftig sind und wenn du mit Leuten sprichst die dich falsch verstehen könnten dann lass solche Bewegungen weg weil wenn jetzt jemand kommt und sagt sie suchen nur Fehler bei dir sie setzen dich zum Beispiel in deine Sitzung und sie bezeichnen dich als irgendein Anhänger einer Sekte wir meinen damit die gleich setzen mit seinen Geschöpfen und sie sagen er hat seine Handbewegung gemacht er will damit sagen Allah macht das genauso wie er das macht und so weiter und so in diesem Fall lässt das weg wie gesagt und nicht dass einer auf die Idee kommt zu sagen wie kannst du etwas unterlassen der Gesandte Allah hat es auch gemacht aber die Leute die zugehört haben waren nicht das heißt er wird die Himmel auf einen Finger setzen und das Wasser auf einen Finger und den Staub oder den Boden die Erde auf einen Finger und alle anderen Geschöpfe auf einen Finger übrigens in diesen Hadithen ist der Beweis ist der Beweis dafür dass wie heißt es die Anzahl der Himmel wissen wir aus dem Koran sind sieben und die Anzahl der Erden sind auch sieben aus diesen Hadithen wissen wir das klar und deutlich im Koran gibt es einen Hinweis darauf ein Hinweis in dem Sinne weil es nicht Ausdruck gesteht sind sieben sondern es heißt er hat sieben Himmel erschaffen und und von der Erde dasselbe sag ich mal jetzt grob ausgedrückt aber wenn du Übersetzung anschaust dann müssen sie immer sagen was halt dasselbe gemeint ist von gleicher Anzahl dasselbe weil was ist der Zusammenhang was heißt dasselbe wie die Himmel es gibt keinen Vergleich die Himmel sehen aus wie er aber der Vergleich ist eben in der Hinsicht der Anzahl die Hadithe haben das klar und Deutsch gemacht wie die wir sehen werden und zwar bei Muslim eine andere Version von Ibn Umar dass der Gesandte Allah gesagt hat dann wird er sie mit seiner rechten Hand nehmen und dann wird er sagen ich bin der König wo sind die Gewalthaber wo sind die Überheblichen und dann wird er die sieben Erden wird er ebenfalls falten und dann wird er sie mit seiner linken Hand nehmen und dann wird er sagen ich bin der König wo sind die Gewalthaber wo sind die Überheblichen ebenfalls diese Überlieferung ist bei Sahih Muslim überliefert worden in diesem Hadith haben wir darüber gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Ulema Rahimahumullah Manche Ulema sagen dieser Ausdruck sei nicht authentisch das heißt sie sagen obwohl der Hadith bei Muslim steht aber dieser Ausdruck dieser Teil des Hadith dann wird er sie mit seiner linken Hand nehmen ist nicht authentisch Allahu ta'ala weiß am besten Bescheid wie dem auch sei Scheich Al-Lawani Rahimahullah hat in Al-Jama'ah Sahih und Al-Mishka hat gesagt dieser Hadith ist Sahih und daran halten wir uns aber was entscheidend ist manche leugnen diese Sache aufgrund der Problematik die wir vorher erwähnt haben sie haben ein Problem damit zu sagen Allah habe eine rechte Hand nennen kann obwohl es völlig klar ist dass Allah zwei Hände hat ist im Koran völlig klar also in mehr als eine Eier ausdrücklich erwähnt worden aber sie stört die Sache mit der linken Hand aufgrund eines Hadithes und zwar als Allah Adam erschaffen hat kennt ihr den Hadith dann hat Allah Adam die Wahl gegeben zwischen seinen Händen Allah hat seine Hände geschlossen und hat Adam vor die Wahl gestellt er soll die linke oder die rechte Hand wählen Adam wählte dann die rechte Hand und darin sah er dann seine gesamte Nachkommenschaft sah dann seine gesamten Kinder alle die bis Yom Al-Qiama geben wird und dann sah er Dawud und dann hat er gefragt wie lange wird er leben und dann hat er gemeint das ist zu kurz und hat von seiner eigenen Lebenszeit Adam Dawud etwas geschenkt und deswegen als Adam der Engel des Todes zu ihm kam und wollte seine Seele nehmen dann hat Adam gesagt Moment ist noch zu früh ich hatte doch so und so viele Jahre zu leben und dann sagte aber du hast auch deinem Sohn Dawud was geschenkt davon und dann hat das geleugnet das heißt er leugnete und deswegen leugnet dann auch seine Nachkommenschaft das heißt also gemeint ist weil er geleugnet hat und wir niemand anderes sind als Kinder von ihm und erben seine Eigenschaften weil wir von ihm abstammen gehört es auch zu den Eigenschaften der Menschen dass sie hin und wieder leugnen in diesem Hadith warum ich das erwähnt war in diesem Hadith als Adam die Rechte erwähnt hat sagte der Prophet und beide seine Hände sind recht und beide seine Hände sind recht das heißt beide Hände sind recht und das ist der entscheidende Punkt manche Leute haben gesagt deswegen darfst du nicht sagen linke Hand rechte Hand weil er sagte beide seine Hände sind recht aber die Antwort darauf ist liebe Geschwister hier geht es nicht darum dass der Prophet sagen will Allah hat zwei rechte Hände nein darum geht es nicht sondern es geht einfach darum die rechte Hand wird verwendet für Dinge die edel sind und die linke Hand wird verwendet für Dinge bei Menschen rede ich wird verwendet für Dinge die man macht wie zum Beispiel wenn man sein Geschäft verrichtet hat reinigt sich mit der linken Hand nicht mit der rechten und deswegen schwirrt in den Köpfen der Menschen rum dass die linke Hand weniger wert ist als die rechte einfaches Beispiel wenn jemand gefragt würde welche Hand hättest du lieber die rechte oder die rechte jeder würde sagen ich weiß nicht die Leute mit links schreiben vielleicht nicht aber normalerweise die Leute werden sagen die rechte Hand mit der begrüßt man mit der gibt man mit der nimmt man bei ihm ist es aber nicht so er hat keine Hand die wertvoller ist als die andere und somit ist die andere weniger wertvoll insofern hat der Prophet gesagt Beide seine Hände sind recht es ist nicht eine link die andere weniger wertvoll das ist nicht gemeint und deswegen haben wir kein Problem sollte dieser Ausdruck links authentisch sein daran zu glauben und das ist keine Sache Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte Aber ihr werdet sehen den Inhalt den konnte er nicht wissen es sei denn der Prophet sallallahu alai hat ihm das beigebracht er sagte die sieben Himmel und die sieben Erden sind in der Hand des Alabamas Al-Kaf ist übrigens die Innenseite der Hand das heißt sind in der Innenseite von Ar-Rahman nur so wie ein Senfkorn in der Hand von einem Menschen von euch die sieben Himmel und die sieben Erden sind in der Hand Fläche des Alabamas so wie ein Senfkorn in der Hand einer Person von euch und diese Aussage er spricht über eine Sache die hat er niemals gesehen und über Größen Verhältnisse die keiner niemals wissen es sei denn der Prophet hat ihm diese Sache mitgeteilt diese Überlieferung liebe Geschwister nach einer kurzen Recherche wie auch der Autor von Al-Kaul-Mufid sagt befindet sich nicht so in At-Tabari obwohl der Mann obwohl wie heißt es in At-Tabari das heißt das Tafsir von At-Tabari dort befindet sich diese Überlieferung aber im folgenden Wortlaut nicht das heißt in der Handfläche des Arab sondern in der Hand Allahs aber Schnuppe also Jacke wie Hose wie man sagt auf Deutsch ist für uns nicht so interessant außer dass die Frage ist dürfen wir Allah eine Handfläche zuschreiben oder nicht das ist der Punkt und das ist in anderen Hadithen authentisch überliefert weil die Bedeutung des Hadithes ist glasklar und auch diese Überlieferung ist authentisch über Ibn Abbas überliefert worden Ibn Jarir At-Tabari sagte ungewohnterweise erwähnt der Autor hier den Said sagte, mir hat berichtet mein Vater, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat, die sieben Himmel sind im Vergleich zum Thronschemel Allahs nur so wie sieben Münzen die man in eine Ledertasche wirft wie heißt es diese Überlieferung, vorneweg Al-Dhahabi und Ibn Kathir sagten, die ist daif Wallahu alaihi wasallam wie dem auch sei, ich übersetze trotzdem die Bedeutung und zwar die sieben Himmel im Vergleich zum Thronschemel, Thronschemel ist Al-Kursi ihr kennt Ayat Al-Kursi, jeder von uns kennt sie auswendig diese Ayat, liebe Geschwister nennt man Ayat Al-Kursi Al-Kursi ist auf Arabisch Thronschemel, ein Thronschemel ist bei einem Thron die Fußbank, das heißt wenn du normalerweise einen Stuhl hast und unten ist eine Ablage, wo man seine Füße drauf tun kann das nennt man Fußbank Thronschemel auf Deutsch und das ist auf Arabisch Kursi und Allah hat es im Ayat Al-Kursi erwähnt sonst würde ich es nicht erzählen und Ibn Abbas hat uns das auch so erläutert dass das auch damit gemeint ist und dann sagte er in diesem Hadith wird dem Propheten dass Allah dann zugeschrieben hat dass er gesagt hat die sieben Himmel sind im Vergleich zum Kursi dem Thronschemel nur so wie sieben Münzen der haben es eine Silbermünze die man in eine Ledertasche geworfen hat Ledertasche gemeint ist hier wo man sein Schwert oder ähnliches aufbewahrt also etwa eine kleine Sache gemeint sonst gar nichts und das ist nur der Thronschemel das ist nicht der Thron und Allah das Größe kennt er ganz alleine niemand kennt sie außer ihm Abu Dhar radiallahu anhu sagte ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi sallam folgendes sagen mal Kursiyu fil Arshi illa ka halqatin min hadidin ulqiat beina zahrey falatim min al ardu Abu Dhar radiallahu anhu sagte ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi sallam folgendes sagen dieser Hadith hat Albani gesagt das ist sahih der Thronschemel Al Kursi in Bezug auf Al Arsh ist so wie ein Eisenring den man in eine Wüste geworfen hat das ist der Größenverhältnis zwischen Al Kursi und dem Al Arsh selbst Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte an Iberifu بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وَلَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt hier auch eine Sache die man nur wissen kann wenn man wie heißt es das gehört hat zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam allerdings habe ich niemanden gefunden der diese Überlieferung als authentisch eingestuft hat auf die man sich verlassen kann Wallahu alaihi wa sallam aber trotzdem lese ich euch die Überlieferung vor Ibn Mas'ud sagte zwischen dem untersten Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen jedem Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen dem siebten Himmel und Al-Kursi ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen Al-Kursi und dem Wasser ist eine Entfernung von 500 Jahren und der Thron ist über dem Wasser und Allah ist über dem Thron und trotzdem bleibt ihm nichts von euren Taten verborgen. Und dann sagt der Autor, über wen er diesen Hadith überliefert hat und das Einzige, was ich gesehen habe, Al-Zahabi, Rahmallah, sagte, dass dieser Hadith, für ihn gibt es mehrere Überlieferungswege, aber das heißt noch nicht viel. Wenn ein Hadith durch mehrere Überlieferungswege überliefert ist, heißt noch gar nicht, dass er authentisch ist, überhaupt nicht. Und der Einzige, der darauf hingewiesen hat, dass es so richtig ist, das ist Al-Hakim, Al-Naysaburi, Rahmahullah, und Al-Hakim, Al-Naysaburi, auf den darf man sich nicht komplett verlassen, wenn er einen Hadith als authentisch eingestuft hat. Ja. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, r.a. Dagezant, Allah sallallahu alayhi wa sallam, هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء والسابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخف عليه شيء من أعمال بني آدم هذا الحديث ist bei Abu Dawud und bei anderen und das ist ebenfalls ضعيف Al-Abbas ibn abd al-muttalib sagte, dass der Gesandte Allah sagte wisst ihr wie groß die Entfernung ist zwischen Himmel und Erde dann sagten sie, Allah und sein Gesandter wissen es besser Bescheid wissen es am besten er sagte, zwischen dem Himmel und der Erde ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen jedem Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren und die Dicke von jedem Himmel hat eine Entfernung eine Größe von 500 Jahren und zwischen dem siebten Himmel und dem Thron ist ein Meer vom untersten Punkt dieses Meeres bis zum obersten ist so viel wie zwischen dem Himmel und der Erde und Allah ist überall diesen und trotzdem bleibt ihm nichts von den Taten der Kinder Adams verborgen dieser Hadith wie gesagt bei Abu Daud und bei anderen überliefert worden und was bedeutet eine Entfernung von 500 Jahren normalerweise wenn das überliefert ist wenn das erwähnt wird in der Hadith dann ist damit gemeint eine Entfernung die heißt es man zurücklegt in eine Zeit von 500 Jahren das heißt man braucht 500 Jahre bis man diese Strecke und so berechnet man ja auch die Lichtjahre ein Lichtjahr ist eine Entfernung die das Licht braucht um wie heißt es diese Strecke zu überwinden das heißt eine unglaublich große Strecke die kann man mit Zahlen nicht mehr vernünftig ausdrücken so dass man sich das vorstellen kann also sagt man einfach die Lichtgeschwindigkeit ist eine Geschwindigkeit von ca. 300.000 km pro Sekunde also sagen wir das Licht bei dieser Geschwindigkeit wenn es ein Jahr braucht um eine Entfernung zu überwinden dann sagen wir wie heißt es das ist ein Lichtjahr und davon gibt es dann Millionen Lichtjahre und weiß nicht was also Größenverhältnisse die man sich nicht mehr vorstellen kann deswegen gibt es manche Gelehrte die diese Hadith unter anderem deswegen kritisiert haben sie haben gesagt dass diese Hadith stürmen nicht ein mit der heutigen modernen Wissenschaft mehr weil sie sagen 500 Jahre was heißt 500 Jahre wir kennen Entfernungen sie sagen auf der einen Seite sagt ihr uns das alles ist der unterste Himmel und auf der anderen Seite sagt ihr uns 500 Jahre braucht die Entfernung um das zurückzulegen mit was also was wir kennen ist normalerweise mit einem Kamel weil das sind die das sind die Sachen die der Prophet mit den Leuten gesprochen hat und wir sagen das ist bei weitem nicht mehr weil es passt nicht mehr wie dem auch sei erstens einmal die Hadith wenn sie nicht authentisch sind brauchen wir uns nicht darum kümmern aber liebe Geschwister der Prophet trotzdem hat hier in diesen Hadith wenn er sie gesagt hat nicht geschrieben nicht gesagt mit welchem Gefährt man diese Entfernungen überwinden er hat einfach gesagt eine Strecke von 500 Jahren die man braucht um sie zurückzulegen aber mit welchem Gefährt Allah hat er nicht erwähnt deswegen kann man den Hadith schlecht von dieser Hinsicht her kritisieren ansonsten sollte sich herausstellen dass es falsch ist dann ist es einfach falsch weil es kann nicht sein wie Sheikh Al-Sahm im Temjah sagte es kann nicht sein dass ein authentischer Hadith der Realität widerspricht das ist einfach nicht möglich als letzte Information liebe Geschwister dann lasse ich euch gehen sagte sagt der Autor wir profitieren von diesem Hadith dass Al-Kursi etwas anderes ist als Al-Arsch manche Leute sagen Al-Kursi ist das gleiche wie Al-Arsch aber das stimmt nicht sondern aus diesem Hadith wissen wir und aus anderen Hadithen auch wenn diese nicht authentisch sind die ich euch vorgelesen habe aber aus den authentischen die ich euch vorgelesen habe wissen wir dass Al-Kursi ist etwas anderes als Al-Arsch Al-Arsch ist der Thron und Al-Kursi ist der Thron Schemel was ist ein Thron ein Thron ist normalerweise das worauf sich der König sich bequem macht bei Menschen ist das so das ist immer die auf Arabisch Sarirul Malik das heißt das Bett des Königs heißt Al-Arsch wenn du nachschaust irgendwo und so hat auch steht es auch im Tafsir Al-Jalal wenn er über Al-Arsch spricht und Ibn Abbas hat die Arbeit abgenommen bei Al-Kursi und hat gesagt damit ist gemeint der Ort der beiden Füße so hat das wortwörtlich gesagt und das ist die authentische Überlegung bei ihm weil manche Leute sagen dir Ibn Abbas hat gesagt Al-Kursi ist das Wissen Al-Kursi ist das Wissen das stimmt nicht die Überlieferung ist nicht authentisch über Ibn Abbas dass Al-Kursi das Wissen ist sondern erstens ist sie nicht authentisch und zweitens widerspricht sie der anderen Überlieferung das dann mit der Ort der beiden Füße gemeint ist die ist authentischer und jeder der ein bisschen Ahnung hat von der Hadith weiß dass deswegen dass man Ibn Abbas jetzt nicht zuschreiben darf was er gesagt hat Al-Kursi damit ist gemeint das Wissen Wallahu ta'ala a'la wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad und zuguter dessen bitte ich Allah subhanahu ta'ala dass wir erstens einmal versuchen diese Kapitel umzusetzen so weit wir können liebe Geschwister denn alles was wir gelernt haben ist zweifellos entweder ein Argument für dich oder ein Argument gegen dich ein Argument gegen dich wenn du gelernt hast und du trotzdem machst du noch Sachen die dem Tauhid widersprechen obwohl du eigentlich den Unterricht gehört hast noch verstanden hast und Argument für dich wenn du das was du gehört hast umsetzt denn dann wirst du zweifellos wenn du das was wir gesagt haben umsetzt dann wirst du zweifellos zu den Leuten gehören die in das Paradies eingehen werden ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden und ohne bestraft zu werden eine Sache die wünschen wir jedem Muslim zweifellos aber Allah hat bestimmt dass es nicht alle Menschen werden eben so mit ihnen verfahren werden sondern es gibt Leute leider die in die Hölle gehen müssen und wir bitten Allah dass wir nicht zu diesen Menschen gehören und deswegen empfehle ich jedem eindringlich dass er wenn er jetzt diese Unterricht gehört hat diese Unterricht stehen zur Verfügung Alhamdulillah man kann sie im Internet anhören also dass er diese wiederholt dass sie sich nochmal anhört wenn du unterwegs bist hör diese Unterricht an wenn du auf Fahrrad bist wenn du Pause hast wenn du auf der Reise bist im Flugzeug bist hör dir sinnvolle Sachen an und wiederhole das was du gehört hast weil du hast es gehört und wenn du jetzt etwas machst was dem Tauhid widerspricht dann kannst du nicht sagen ja Allah ich hab zwar gewusst aber ich hab's vergessen das geht nicht weil du bist verpflichtet dieses Wissen auch dann zu behalten aber was haltet ihr von einer Person die den Koran auswendig lernt und daher den Koran vergisst die Überlieferung auch wenn sie nicht authentisch sind dass dies zu den größten Sünden gehört jemand lernt Allahs Ayat und nachher vergisst er sie wieder ja ok der Tauhid ist der Grund warum die Ayat abgesennt worden ok ich sage nicht dass man jede Sache hier erkennen muss aber je mehr man weiß desto gelehrter ist man und je mehr man weiß desto besser kann man auch anderen Leuten die Sache beibringen und erklären und ihr seht Alhamdulillah das möchte ich als letztes Wort sagen dass dieses Buch der Autor dieses Buches von Kitab Al-Tauhid ist Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'al und derjenige der dieses Buch erläutert hat ist nicht ich sondern ist ich bin ich bin nur derjenige der übertragen hat vom Arabischen ins Deutsche sonst gar nichts macht euch nicht mehr draus derjenige der das Buch erläutert hat heißt Muhammad ibn Salih das heißt nach Allah subhanahu wa ta'ala danken wir Allah subhanahu wa ta'ala sowieso und wir danken ihm dafür dass er uns Gelehrte erschaffen hat und uns zur Verfügung gestellt hat die uns dieses Wissen gegeben haben und weitergebracht haben das erläutert die Mühe gemacht haben Bücher zu schreiben und das zu erläutern die größte Arbeit liegt sicherlich in der Arbeit von Sheikh Mohammed Abdul Rahab dass er dieses Buch überhaupt geschrieben hat in der Einteilung der Kapitel und der Zusammenfügung der Hadith und so weiter und so fort und dann die Erläuterung ist relativ einfach wenn du eine gesunde Akide hast ist relativ einfach wenn du eine gesunde Akide hast aber jetzt liebe Geschwister erinnert euch vielleicht daran als wir angefangen haben diese Unterrichte zu machen was war der Grund warum wir wie heißt es dieses Buch ausgerechnet gewählt haben weiß jemand noch von euch den Grund warum wir ausgerechnet dieses Buch hier wird kein anderes über Akide gibt es viele Bücher warum dieses ausgerechnet das ist eine schöne Antwort das ist eine schöne Antwort aber kannst du weiß jemand vielleicht noch deutlicher warum wir das gesagt haben natürlich weil es auf Koran aufgebaut ist sehr schön aber okay es gibt auch andere Bücher die auf Koran aufgebaut sind inshallah alle Akide Bücher leider überhaupt nicht also wenn du das meinst leider überhaupt nicht also im Gegenteil der Autor dieses Buches gehört zu den größten kritisiertesten Gelehrten überhaupt damalige Zeit gehört von seinen eigenen Geschwistern wurde er teilweise bekämpft auch wenn sie nachher wieder Abstand genommen haben ganz wichtige Sache man sagt immer sein Bruder habe ihn bekämpft und so aber entscheidender Punkt ist sein Bruder hat am Ende eingesehen dass er recht hat also vielleicht gerade wegen seiner Persönlichkeit natürlich Leute wenn ihr heutzutage machen uns kein Blatt vor Augen das wird die Sache nochmal ins Auge fassen wenn ihr heutzutage den Begriff hört die Wahhabiten die Wahhabie warum man das ausschreibt dann sind damit niemand anderes gemeint als die Leute die das glauben an das was Mohammed ibn Abdul Wahhab gepredigt hat was er geglaubt hat das ist damit gemeint ok und das wird natürlich nicht als Lob verwendet an die Leute die Wahhabiten damit macht man nichts Gutes also wenn jemand das zu dir sagt dann hat er dich nicht gelobt sondern er will dich damit verunglimpfen und deswegen haben wir geguckt geschaut Leute das wichtigste und entscheidendste Buch von diesem Mann warum der Mann bekannt vielleicht geworden ist es gibt noch andere Bücher geschrieben nicht nur ein Buch aber ist Kitabat Tauhid es gibt auch andere Bücher die heißen Kitabat Tauhid aber wenn du sagst Kitabat Tauhid dann meint man genau dieses Buch und kein anderes und dann wollten wir gucken was steht denn in diesem Buch drin das die Leute dazu bringt ihn zu kritisieren ihn die Extremsten von ihm bezeichnen ihn als Ungläubigen das ist also nicht weit hergeholt und das ist heutzutage noch der Fall von vielen Leuten da wollten wir gucken warum machen die Leute das und subhanallah auch wenn ich das nicht jedes Mal deutlich gemacht habe aber wenn wir wenn jemand sich einfach mal das Buch besorgt Tauhid dann findet er das Buch ist folgendermaßen aufgeteilt ein Titel Ayat Hadithe und was man daraus lernt das ist die Reihenfolge und dann soll jemand kommen mit irgendeiner Sache die der Autor gesagt hat der Autor ich rede nicht von der der erläutert hat jetzt wir haben viel mehr gesagt als der Autor gesagt hat wir können nicht dem Autor alles in den Schuh schieben inshaAllah glauben wir es gleich wie er aber soll einer mit einer Aussage kommen die dem Koran widerspricht oder den Aussagen des Propheten wie denn die meisten Kapitel die wir erwähnt haben bestehen ja nur aus Ayat und Hadithen ja möchtest du den Autor kritisieren dass er manchmal Hadithe gebracht hat die unauthentisch sind erstens es waren niemals Hadithe die Maudu' sind niemals Hadithe die wie heißt es erfunden worden sind und dann in allen Fällen oder sagen wir damit ich vorsichtig bin in den allermeisten Fällen war der Inhalt des Hadiths sowieso authentisch das heißt der Hadith mag sein dass er nicht authentisch ist aber der Inhalt die Lehre die wir daraus ziehen aus dem Hadith ist authentisch bestätigt durch andere Hadiths sowieso also können wir zumindest sagen mach es erstmal besser mach es erstmal besser mach es erstmal ein Buch zusammen zu jedem Kapitel von der Tauhid bringst du Ayat und Hadithe die dazu passen und die alle authentisch sind und liebe Geschwister das entscheidende Punkt ist eben Leute die andere als Wahhabiten bezeichnen meinen damit nichts anderes als dass sie den Koran und die Sunna verunglimpfen das ist der Punkt das ist der entscheidende Punkt ich weiß dass diese Leute nicht diese Absicht haben also ich bin davon überzeugt vollkommen dass wenn jemand andere als Wahhabiten beschimpft und er selbst betet und fasst Alhamdulillah dass er nicht damit eine schlechte Absicht hat aber das zählt nicht die schlechte Absicht die gute zählt überhaupt nicht warum weil wenn die Tat schlecht ist dann ist die Absicht vollkommen wurscht nicht mehr interessant damit Allah subhanahu wa ta'ala von dir eine Tat akzeptiert muss die Absicht gut sein und die Tat die Reihenfolge für den Betrachter ist folgendes er schaut ein Mensch begeht eine Handlung egal was es ist beten ja Allah lass es das Gebet sein hinterher frag ihn für wen hast du gebetet war es für Allah Alhamdulillah freu dich du wirst deine Belohnung kriegen war es für jemand anderes als Allah hab Angst vor Allah mach Taube sonst wird er dich dafür bestrafen das ist die Sache aber wenn jemand einen anderen verunglimpft als Wahhabit dann ist damit entweder ist der Person vollkommen unwissend hat keine Ahnung von gar nichts und das ist natürlich meistens der Fall weil die meisten Menschen unwissend sind deswegen aber wenn er jetzt zum Beispiel aus Wissen oder wie auch dem auch sei wenn er zu einer anderen Person sagt die anderen wird beschimpft mit einem Begriff als Wahhabit und entweder er weiß dass damit eigentlich nichts anderes als der Quran und die Sunnah gemeint ist dann ist er Kafer zweifellos wenn jemand weiß das mit Wahhabia nichts anderes gemeint ist als Quran und Sunnah und er verunglimpft das ist er aus dem Islam draußen zweifellos aber wenn jemand das nicht weiß dann ist er dann ist er wer ist es dann ist er hat er ein großes Problem mindestens sagen wir hat er ein großes Problem weil er beleidigt andere Leute und er weiß nicht woran er spricht das heißt mindestens hätte er seine Klappe halten müssen wenn man es freundlich ausdrückt mindestens aber er redet trotzdem und verwendet Begriffe von denen er keine Ahnung hat Mohammed Ibn Abdul Wahhab heißt nicht mal der Mann heißt der Mann heißt Mohammed und Wahhab ist der Name seines Vaters und er heißt Abdul Wahhab warum heißt er Abdul Wahhab weil Wahhab ist ein Name Allahs Al Wahhab ist ein Name Allahs im Quran steht drin und deswegen heißt er Abdul Wahhab Entschuldigung der Diener von Al Wahhab Al Wahhab ist derjenige der viel schenkt wie kann man wenn man ein bisschen Iman im Herzen hat diesen Namen Allahs verwenden um andere damit zu beleidigen wie geht das ich sage du auch nicht du Rahmani oder weiß ich was wir sagen absichtlich nicht wir versuchen absichtlich nicht die Ahmadiyya als Ahmadiyya zu bezeichnen weil Ahmadiyya das ist Ahmad ist ein Name von Mohammed und das ist ein Wort kommt auch von Hamida von Lob ist ein schönes Wort die verdienen das Wort nicht weil sie ungläubig sind sondern wir sagen zu ihnen Al Qadiyaniya weil der Mann hieß Ahmad Qadiyani dem sie folgen als Propheten diesem Lügner und der Prophet hat ja gesagt es wird Lügner geben die Propheten beanspruchen deswegen wir bezeichnen sie nicht als Ahmadiyya weil der Name ist zu edel für sie wie kannst du deine anderen Geschwister als Wahhabier bezeichnen mit einem Namen Allahs also das weist mindestens auf Unwissenheit in dieser Hinsicht hin liebe Geschwister der Punkt ist einfach wie gesagt zusammengefasst wir wir eignen uns dieses Wissen an und wir können jetzt mit Gewissheit sagen wenn jemand uns sagt ihr Wahhabiten sagen wir was meinst du damit immer vorsichtig was meinst du damit wenn er damit sagt die Leute von Mohammed Wahhab sagen ich langsam wie viele Bücher hast du von dem Mann gelesen dann sagt er dir keins alle sagen keins alle sagen keins einer habe ich gesagt wie viele Bücher du hast gesagt keins und dann willst du urteilen darüber hat er gesagt brauche ich nicht es reicht mir nicht die Kritiker über Mohammed Wahhab lesen toll ganz tolle tolle Antwort also Quatsch einfach liest doch wenigstens was der Mann gesagt hat bevor du ihn urteilst und der Mann hat nichts gesagt dann hat er gar nichts gesagt außer wie gesagt um ehrlich zu sein natürlich manchmal hat er gesagt aus diesen Hadithen aus den Erdlern wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 manchmal bis 20, 30 hat er den Nutzen erzählt aber zeig dir einen Nutzen daraus der falsch ist und deswegen liebe Geschwister diesen Begriff verwenden wir nicht zweifellos nicht keiner von sich behauptet keiner bezeichnet sich als Wahhabi niemand das ist Quatsch unnötig macht Unruhe macht Fitna macht Spaltung ist einfach für die Kats weil Allah im Koran hat gesagt er hat euch schon zuvor als Muslime bezeichnet und deswegen ist das der Begriff warum sind die anderen Begriffe später gekommen die sind gekommen aufgrund der Notwendigkeit Notwendigkeit der Lage alle sagen Muslime und die einen fangen plötzlich an wie soll ich sagen die Sahaba zu verunglimpfen sie zu beleidigen irgendwie musst du sie anders nennen weil wenn du sie Muslime auch nennst vor den anderen vor den Kuffar dann wissen die Kuffar nicht mehr wer es wirklich musste also nennst du sie lieber mit einem Namen um sie abzustempeln in einer Gruppe das gleiche was sie mit uns machen tafellos das gleiche was sie mit uns machen aber das ist die Notwendigkeit der Lage sonst gar nichts ansonsten würden wir niemals andere Begriffe verwenden außer Muslim und das war's weil Allah hat uns diesen Namen im Koran erwähnt und er möchte dass wir diesen Namen verwenden alle anderen Namen beiseite alle anderen Namen verwendet man nur wenn es einen Grund dafür gibt keiner geht in die Welt hinaus und bezeichnet sich mit anderen Namen als Muslim nicht mal Sunni es sei denn es gibt einen Grund stellt euch mal vor ein neuer Muslim kommt zu euch fragt euch welche Religion hast du sagst du Muslim aber ich bin Sunnit das passt überhaupt nicht in die Da'ua wenn du sowas erzählst es sei denn die Person weiß wovon du sprichst wie gesagt wenn die Person weiß dass es auch verschiedene Art und Richtungen vom Islam gibt und so und ihm ist nicht klar welche richtig ist dann kannst du ihm erklären aber normalerweise wenn du jemandem fragst der Islam sagst du ihm der Islam ist zu bezeugen dass es keinen Gott gibt aus Allah und dass Mohammed der gesamte Allah ist und sagst ihm die Arkanen in Islam das ist der Islam weil der Prophet hat auch so geantwortet also antwortest du auch wie er und denke nicht dass du besser antworten kannst als er und das ist bis zum nächsten Mal.